Die Hits sind Popstar-Abo. Keine Cover-Version, nur Originale. Für Relax Take It Easy sende B1. Für Dicke Anna sende B2. Für Schlechtes Vorbild sende B3. Für Dear Mr. President sende B4. Für Eye of the Tiger sende B5. Für Now or Never sende B6. Für Painted Black sende B7. Für Heul Doch sende B8. Für Summer Wine sende B9. Für What I've Done sende B10. Für Gammelfleisch sende B11. Für Big Girls Don't Cry sende B12. Für Talk To Me sende B13. Für Vom Selben Stern sende B14. Für Miracle sende B15. Für Sexual Healing sende B16. Für Vajamas Compañeros sende B17. Oder für Umbrella sende B18. Einfach als SMS an 5x3. Zappen Duster? Hallo? Schluss damit. Hol dir die Handy-Taschenlampe bei Jamba im Play-Abo und lass dir ein Licht aufgehen. Sende jetzt Lampe 2 an 5x3. Und du stehst nie wieder im Dunkeln. Der Tamagotchi Angel ist da im Jamba Play-Abo. Sorg für ihn und sieh zu, wie er heranwächst. Aber Vorsicht! Vernachlässigst du ihn, wird er zu einem bösen Tamagotchi werden. Was auf ihm wird, hängt von dir ab. Sende Engel 6 an 5x3. Es hört sich an wie ein Freizeichen. Kannst du wohl erstmal eine Weile warten. Willst du diesen Freizeichenton im Jamba Top Star Abo? Dann sende frei 2 an 5x3. Geht einer ran oder... Jamba Music rockt im Jamba Music 5er Abo. Nur komplette Songs holt ihr Ruby mit Rock 4 oder Paint the Black mit Rock 5 oder Smelt Light in Spirit mit Rock 6 als SMS an 5x3. Hol dir die coolsten Spiele im Play-Abo. Die Sims 2 Haustiere mit S21. Oder Need for Speed Carbon mit S22. Sonic mit S23. World Poker Tour mit S24. Spongepop Kreatur aus der Krossenkrabbe mit S25. Tetris mit S26. 300 das Spiel zum Film mit S27. Monopoly mit S28. Zuma mit S29. Worms 2006 mit S30. Battle Chess mit S31. Cruise Ship Tycoon mit S32. Shoot Knut mit S33. Tamagotchi Angel mit S34. AMA Love Triangle mit S35. The Big Lebowski Bowling mit S36. Bejeweled mit S37. Oder Spider-Man 3 mit S38 an 5x3. Ruby 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 Jamba Music rockt im Jamba Music 5er Abo. Nur komplette Songs holt ihr Ruby mit Rock 4 oder Paint the Black mit Rock 5. Oder Smelt Light in Spirit mit Rock 6. Als SMS an 5x3. Zappenduster? Hallo? Schluss damit. Hol dir die Handy-Taschenlampe bei Jamba im Play Abo und lass dir ein Licht aufgehen. Sende jetzt Lampe 2 an 5x3. Und du stehst nie wieder im Dunkeln. Der Tamagotchi Angel ist da im Jamba Play Abo. Sorg für ihn und sieh zu, wie er heranwächst. Aber Vorsicht! Vernachlässigst du ihn, wird er zu einem bösen Tamagotchi werden. Was aus ihm wird, hängt von dir ab. Sende Engel 6 an 5x3. Das hört sich an wie ein Freizeichen. Kannst du wohl erstmal eine Weile warten. Willst du diesen Freizeichenton im Jamba Top Star Abo? Dann sende frei 2 an 5x3. Geht einer ran oder nicht? Wir sind die Wimse von Viva. Und wir kennen nur ein Ziel. SMSe so günstig wie möglich zu überbringen. Kein Weg ist zu weit. Keine Message zu kurz. Denn so spart ihr beim Wimsen eine Menge Kohle. Für nur 5 Cent pro SMS und Minute von Viva zu Viva. Mit dem neuen Sony Ericsson K310i. In allen E-Plus-Shops und auf handy.viva.tv Geht's weiter mit Dahmer und Greg auf Comedy Central Z心 Z心 Z лай Lin Z Bis zum nächsten Mal.